Mit Menschen aus über 90 unterschiedlichen Kulturkreisen hat die Schule nebst der pädagogischen Hauptaufgabe eine wichtige Integrationsfunktion. Die Einbettung der Schule in die Stadt und die Kantonspolitik in einem Umfeld von einem grossen angeboten Arbeitsplatz ist darum strategisch wichtig. Klar ist das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten, das Zusammenlernen mit so vielen unterschiedlichen Kulturen eine grosse Herausforderung. Schon sehr früh lernen unsere Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Lebensweisen, Ansichtswesen, kulturelle und religiöse Unterschiede kennen. Es ist mir ein Herzensanliegen, den Fokus auf die positiven Aspekte im Zusammenleben zu legen. Für mich gelten klare Regeln die Regeln, die wir hier in der Schweiz aufstellen, zusammen mit einer respektvollen Haltung den anderen Kulturen gegenüber. Auf die wir hier in Buchs, in der Region, im Kanton und in der Schweiz angewiesen sind. Menschen reisen in aller Welt umeinander. Wir haben alle Kulturen vor Ort. Eine Herausforderung, mit diesen unterschiedlichen Lebensweisen, mit der Schule offen und tolerant umzugehen, ist eine grosse Herausforderung. Jeden Tag aufs Neue. Das aktiv zu unterstützen, den Fokus auf das Positive, ins Leerreiche für unsere Schülerinnen und Schüler zu legen, ist für mich ein wichtiger Ansatz. Das hat uns allen. Mir ist wichtig, die Arbeit weiterführen zu dürfen, kommunal und kantonal.